Anna Adamjan, emotionale Babyparty, und groß ist ihr Bauch schon. Das Bangen um die ersten drei Schwangerschaftsmonate ist überstanden, das Erstrimesterscreening Ende Januar bestätigte, Anna Adamjans. 27, Wunder entwickelt sich so prächtig. Das musste gefeiert werden. Endlich, nach zwei Fehlgeburten und sieben erfolglosen Embryotransfers, konnte sich Anna, die auf der Hochzeit mit Fußballprofisagis Adamjan, 29, den Namen Adamjan angenommen hat. Über ihre erste Babyparty freuen. Ein maximal emotionaler Tag. Bin heute sehr emotional. Wie lange haben wir darauf gewartet, schreibt Anna Adamjans Freundin und ehemalige GNTM-Kollegin Betty Taube. 28, zu einem Video der Party-Location in ihrer Instagram-Story. Und auch das Model ist überwältigt von diesem Tag. Liegt noch Stunden später total aufgeregt im Bett und kann nicht schlafen. Mit einer blumenbedeckten Kuchen-Cupcake-Tafel und einer pastellfarbenen Fotowand hat die an endometriose-erkrankte Autorin am 5. Februar mit ihren Liebsten ihre Schwangerschaft zelebriert. Freunde wie Influencerin Lena Fleckenstein teilten anschließend etliche rührende Aufnahmen, darunter auch ein Babybauchfoto. Das zeigt, dass Annas kleine Kugel gut zu wachsen scheint. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle, Instagram.com Die Prominus verpasst? Vielen Dank.